Wenn das alles wirklich frei ist, dann haben wir es leicht, ja. Dann setzen wir die mal ab. Erst mal die Hand von Nord hier erobern, dann wird es leichter. Was zum... Ausbildung. Wir haben die Raketen. Nordmord ist bereit. Ich kann helfen. Kann ich Ihnen helfen? Was brauchen Sie? Arbeiten wir zusammen. Kann ich Ihnen helfen? Verstärkung nähert sich. Der Unterstützung wird angegriffen. Schlachtfeld erweitert. Sonder wird angegriffen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Initialisiere Videoabblick. Gut gemacht, Commander. Aber die Invasoren erhalten Verstärkung. Sie kommen von Westen. Zeigen Sie den Pack Ihr neues Spielzeug. Empfange Nachricht. Testen Sie die Funktionalität der neuen Catalyst-Raketen. Katalyst-Rakete ist startbereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ziel wähle. Dann schauen wir mal. Neues Bonus. Ups. Geheimdienstdaten aktualisiert. Das hätte ich mir ruhig auch einen Ticken früher sein können. Einmal zerrufen. Bau abgeschossen. Einheit verhörter. Wir haben die Raketen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Aber es dürfte nicht gezählt haben. Jetzt brauche ich da oben erstmal eine Verteidigung auf. Hier ist blau Stibirium. Das wäre episch. Da kann ich noch nicht ran. Yay. Doch müsste ich hier unten eigentlich. War out. Einheit wird angegriffen. Jetzt. Oh, nicht diese ekelten Viecher. Und Zettelspunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Oh, oh. Extrem viele Trägerschiffe. Einheit verlobt. Als hätte ich es gewusst. Okay, ich habe es gewusst, aber... Wir werden hier noch ziemlich viele Stealth-Panzer und Not-Moss brauchen. Ach, deswegen. Ich habe keine Ressourcen mehr. Sammler wird angegriffen. Unterstützt noch für Amistag. Sammler wird angegriffen. Yay. Kannst du knicken. Und nochmal neu starten. Die Mission ist absolutes Chaos, so wie das hier aussieht. Ach, der grüne Neune. Wir sind bereit. Die Catalyst-Startrampe wird von den Besuchern angegriffen. Okay, wissen wir. Was wir dann direkt machen müssen, ist... Was wir direkt machen müssen, sobald wir das haben. Neues Bonus-Ziel. Äh, ist der da drum eingeladen, oder? Die Brunnerschaft vertraut mir. Ähm... Den zweiten Harvest-Bahn. Panzerdivision. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Ich kann helfen. Carryall, Befehl erhalten. Kann ich Ihnen helfen? Bau abgeschlossen. Erobern Sie die verlassenen Nordgebäude, bevor die Aliens sie zerstören. Wir brauchen zusätzliche Produktionskapazitäten. Die Catalyst-Startrampe wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Skorpienpanzer! Feindliche Einheiten in Sicht. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir sind bereit. Machen wir uns an die Arbeit. Ich kann helfen. Vertrauen Sie mir. Gebäude besetzt. Bonus-Ziel erreicht. Ausbildung. Gebäude besetzt. Verstärkung nähert sich. Alien-Einheiten nähern sich von Norden. Schlachtfeld erweitert. Unser Stütz-Alien-Einheiten nähern sich von Norden. Wir müssen jetzt eigentlich direkt auf das blaue Tiberium. Tiberium ist hier. Gut gemacht, Commander. Aber die Invasoren erhalten Verstärkung. Sie kommen von Westen. Zeigen Sie dem Pack ihr neues Spielzeug. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Empfange nachdem. Wir brauchen verdammt viel Luft und Boden dafür hier. Testen Sie die Funktionalität der neuen Catalyst-Rakete. Ja. Beschlossen. Catalyst-Rakete ist startbereit. Bau abgeschlossen. Neues Bonus-Ziel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bauhaut. Geheimdienstdaten aktualisiert. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Das Bonus-Ziel ist schon bekommen, ja. Bein Köln gefördert. Ungeeigneter Bauplatz. Sammler wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bauhaut. Ich wollte mich verarschen. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Bauhaut. 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 Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bauhaut. Irgendwie komme ich mir leicht gefrotzelt vor. Bauhaut. Abgeschossen. Ungeeigneter Bauplatz. Aber gut, das sollte Ihnen eh problem sein. Ich muss jetzt schauen, Sie ganz oft teilen und aufziehen. Ungeeigneter Bauplatz. Oh, oh. Explorer. Spielt ihr hier? Reparatur läuft. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Jetzt nichts mehr. Och, komm. Das ist ja Distanz. Das ist doch feige. Aufpassen. Egal. Ich brauche hier eine neue Fahrzeugfabrik. Rängst du da zwei? Bauhaut. Reparatur läuft. Guter, sicher, blau ist die Bärie am halbsten. Sonst wäre ich ja echt am Arsch. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Bauhaut. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ich brauche das Forschungslabor noch. Ach, scheiße. Messer. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ziel heimlich. Unzureichende Mitte. Einheit wird angegriffen. Es ist so bitter, wenn es vom Schild abfallt. Aber wenn die Schilder erstmal auf sind, ist Schluss mit Leuchtung. Bau abgeschlossen. Reparatur läuft. Gut, soviel dazu. Ungeeigneter Bauplatz. Die Kommandozentrale verloren. Ach, kommt. Oh, ich habe da hinten alles verloren. Oh. Das erklärt so einiges, ja. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Einheit wird angegriffen. Das kann es doch nicht sein, oder? Ich muss diese Knoten schnell und effizient zerstören. Äh, 54. Na, das ist alles zu vage. Ups. Komme ich irgendwie, würde ich mir niederlich nicht, ja, hier. Na, auch nicht, okay. Dann neu starten. Die Basis hier ist echt nur da, sodass wir das neue Tore betrieben haben. Empfange Nachricht. Die Katalyst-Startrampe wird von den Besuchern angegriffen. Empfange Nachricht. Reparieren Sie die Katalyst-Startrampe, damit wir die Katalyst... Neues Ohlers Ziel. Erobern Sie die verlassenen Nordgebäude, bevor die Aliens sie zerschören. Wir brauchen zusätzliche Produktionskapazitäten. Einheit wird angegriffen. Hier ein bisschen Imperium-Spot. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Alien-Einheiten nähern sich von Norden. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ich kann helfen. Ich stelle... Einheit liefer. Was brauchen Sie? Mehr Gebäude. Ich höre... Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das kann genützlich sein. Ups. Bau gut. Neue Bauoption. Einsatz Ziel erreicht. Bau. Gebäude besetzt. Ausbildung. Bonus Ziel erreicht. Arbeit wird nach der Sorte. Verstärkung nähert sich. Sorte bereit. Alien-Einheiten nähern sich von Norden. Achten wir uns an die Arbeit. Initialisiere Video-Ablick. Gut gemacht, Commander. Aber die Invasoren erhalten Verstärkung. Sie kommen von Westen. Zeigen Sie dem Papier neues Spielzeug. Passiert. Verwäude repariert. Empfange Nachricht. Testen Sie die Funktionalität der neuen Catalyst-Papeten. Gut, jetzt ist es spannend. Jetzt heißt es Gas geben. Neue Bauoption. Bau. Bau abgeschlossen. Neues Bonusziel. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ungeeigneter Bauplatz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Bau abgeschlossen. Das ist nicht dazu. Zweite Fahrzeuggrube. Steht. Keine Stealth-Panzer Bauern. Nein, was fehlt. Vorschuss. Und dann poppen wir noch Luftopfer. So. Der ist ein blaues Tibirium. Finde ich gut. Ich kann hier in der Zwischenzeit noch einen Sammler bauen. Unzureichende Mittel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Jetzt wird geerntet. Bau aus. Auf zu den Kristallen. Wir brauchen noch mehr.